Es tut uns leid. Es tut uns leid. Wir mögen euch. Ich möchte mich bei jedem entschuldigen, nur weil ihr so viel Scheisse lauert. Ich bin South Park, dieser Typ vom BP. Da hat er auch so ein Video gemacht. Es tut uns leid. Es tut uns leid. Ja genau, mit der Verschmutzung von der Deepwater Horizon. Es tut uns leid. Wieso? Ich bin tot. Also nein, ich bin nicht tot. Ich komme wieder. Keine Frage. Auri, weg! Wo bist du? Wo bist du? Nein! Oh mein Gott, ich bin durchs Fenster. Ich bin untötbar! Ich bin untötbar! Oh mein Gott! Ich bin untötbar! Tschüss! Untötbar! Untötbar! Torex! I'm a boss ass bitch! Oh, she's got ass bitch! Kann man hier falsch halten? Und so, liebe Zuschauer, ich hoffe, ihr versteht das auch. Und so. Wir sind arme Leute. Ich will nicht! Ich will! Ich will! Unsere Eltern freuen sich mal, wie wir wieder aus unserem Zimmer rauskommen. Du sitzt in der Dusche! Schon vergessen! Du bist gar nicht in deinem Zimmer! Und du wirst uns sagen, die Dusche ISST dein Zimmer! Ja, ich lebe in der Dusche! Das ist immer lustig, ab morgen früh, wenn du als erstes Mal zum Haus raus musst und du duschst. Und sie fliegt einfach in der Dusche und sie erwacht einfach durch das kalte Wasser, dass es dann zuerst kommt. Das ist ja immer so ein Schrei, so AAAAAAAH! Also, ich brauche keinen Bäcker mehr, weil mich finden die Leute, die duschen gehen. Wir sind ja auch jetzt auf die Idee gekommen, dass ich in der Dusche bin. Weil du immer vom Zähneputzen gesprochen hast. Nein, weil ich dort in diesem Secret Room war. Nein, weil du arbeitslos bist. Nein! Du hast... POSSA war mit mir im Secret Room! Jetzt hörst du mir genau zu! Es war genau so, du hast gesagt, ja unsere Mutter ist am Zähneputzen. Meinst du jetzt mal in dem Secret Room? Nein, 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 im Secret Room hast du gesagt, geh aus meiner Dusche raus. Ja, stimmt. Und dann habe ich gesagt, ja wir sind ja eigentlich alle in einer WG und aus platztechnischen Gründen lebt Michelle in der Dusche. Ja, so wahr. Nein, nehmen sie in der Dusche auf. Ja, ich nehme nur ab und schlafe wirklich. Diese Küche ist nicht gross genug, weisst du? Das ist unlogisch, dass ich gestorben bin. Das ist unlogisch. Du bist unlogisch. Ich bin eine Frau. Komm, komm, hau mich weiter mit deiner Angel. Ich stehe drauf. Angel! Oh! 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 Oh my god! So sexy! Oh my gosh! Wow! Nein! Dann bin ich raus. Oh, dann bin ich raus. Ich bin raus. Ich bin mit 2! Natürlich, hallo! Ich anklare dich! Wuuu! Wuuu! Wooh! 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 OUCH! 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 Oh my god, Post is just a faker! Oh my god, I have a cloud out of the window! Definitely by all of his followers! But he doesn't have Instagram! Oh my god, I'm on the rooftop! Oh my god! Oh my gosh, look at him! Oh my gosh, look at him! Oh my gosh, he's my only opponent! Oh my god, I'm on the rooftop! Let's fight on the rooftop! Yeah, let's fight on the rooftop! Oh my god! I have too much Pro-Z! Holy shit! I'll watch Postra with 4%. He has just a life and manages... ...and manages... ...and manages... ...and manages to search the items. What he has to offer is a stone sword... ...and a cluster bomb. I like people. I like people. It's like Mambo. I like people actually not. I has to hate them. What the fuck? What the fuck? What is he doing? Oh my gosh, look at him! Just a fake model. Oh my gosh! 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 Ich steh drauf. Es ist schwer, dass du drauf stehst. Ja, ich flieg! Und ich flieg, flieg, flieg. Ich schnee mir gerade auf und es ist zu mühsam, wenn ihr die ganze Zeit herumspickt. Was du nimmst auf? Oh my gosh, sie ist recording. Oh my god. Ein bisschen overview, damit es ein bisschen spannender aussieht. Schreib doch noch in den Chat, dass du mal aufnimmst. Nein, ich glaube... Schreib doch bitte in die Kommentare, wie toll ihr uns findet. Ich nehme voll auf. Machen wir nächstes Mal einen Haul. Das ist aber nur bei unserem Chat drin. Ich weiss. Da tust du F-Haul. Die Fresse! Die Topfresse! Was hat man so eine schöne Kirsche? Mit einem Bogen muss man schiessen und nicht schlafen. Okay, ist mir nicht. Ich dachte, wenn du at all eingibst, geht's an alle. Aber nö. Dafür brauchst du so ein Premium-Ding. Premium-Account! Jetzt können wir lieber den Chat von den anderen lesen. Keine Ahnung, wir müssen eh ein bisschen Musik machen. Ich habe mich gejoint. Tatsächlich. Ah, jetzt geht's mit an alle. Ich glaube, jeder, der dieses Video sieht, hat das Gefühl, wir haben Drohungen genommen. Ne, wir haben nur Speed genommen. Speed? Das sind Drohungen! Das sind Drohungen! Holy Mother! Das war ein Rocket Launch! Holy Shit! Ja? Und Axta fährt runter. Ich beobachte ihn und er stirbt. Ist doch egal, hab ich halt Minus 7. Ich gewinn das Match sowieso. Ja. Ist echt spannend, euch zuzuschauen. Ja. Ungemein. Ja, ich beobachte euch so wie eine fliegende Cam, weisst du. Oh mein Gott. Und jetzt ist Selfie-Time. Selfie-Time! Wo seid ihr? Selfie! Und Minus 8! Ja, unten. What's was? Ja, ich sehe euch. Und ich hab mich voll im Bild, ich darf eigentlich neben dir. Oh, 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 oh. Das ist Axta. Oh, oh yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich habe ja nur 472 Prozent. Ja, da geht noch mehr. Aber scheiss drauf. Okay. So, ich bin noch da. Du bist der Erster. Ich bin der Zweiter. Ich bin fertig. Oh my gosh! Ihr beiden anderen seid so scheisse! Oh my gosh! Look at him! I can't die! Oh my god! Weißt du was? Wisst ihr was mir im normalen Minecraft noch fehlt? Dass man aus Wolle Treppen machen kann. Das haben wir gewacht. Es ist bunte Treppen. Eben, genau deshalb. Du willst doch nur einen roten Porno treppen. Oh my god! Nein, aber den roten Teppich auslegen und so. Das sieht halt scheisse aus. Mit Holzschufen dazwischen. Das ist doch total sexy. Ich wünsche mir nur... Das macht das Fähre gleich rum. Ich wünsche mir... Oder Schafen. ...dass alle Menschen auf dieser Welt Selfies machen können. Okay. Seht alle auf YouTube. Oh my god! Oh my god! Yay! Jetzt fällt! Oh my gosh! I'm famous! Oh my gosh! It's so fabulous! Oh nein! Fabulous! Nein, liebe Zuschauer! Ich weiss nicht! Hätte ich wenigstens sagen können. Es ist mitten in der Nacht um 2 Uhr. Aber das ist nicht immer der Fall. Es ist mitten am Mittag. Wir haben Hunger! Wir haben Hunger! Du bist nicht du, wenn du hungrig bist! Das ist die Lösung! Wir haben es ausgebunden! Wir haben es ausgebunden! Genau! Das ist es! Pinbrow, nimm ein Sneakers! Immer wenn du hungrig bist, wirst du zu Diva! Das ist der hässliche Diva! Das ist der hässliche Diva! Aber der hässliche Diva! Das kann man nicht sein! Ich bin auf dem Dach! Ich bin auf dem Dach! Der Roof! Der Roof ist auf dem Fire! Ich bin auf dem Dach! Auf dem Dach! Er ist auf dem Dach! Auf dem Dach! Man kann mit F6 Twitch streamen! Oh wow! Sofort streamen! Ja das ist neu! Mit F6 kann man sofort streamen! So Twitch integration! Das ist super! Dann können wir mal einen Minecraft Livestream machen. Wer will das schauen? Aber davor muss man... Twitch-Kanal! Hallo, Twitch-Kanal für LPLP habe ich schon erstellt übrigens. Ist doch kein Livestream gekommen, aber das kommt noch, weil wir sind noch am ausprobieren und so. Weil über den Youtube Livestream-Ding funktioniert das nicht so. Twitch funktioniert besser. So, haben wir das auch gerade... I'm watching you! Dann machen wir dann, wenn wir mal 100 Abonnenten haben, so einen 100 Abonnenten-Stream. 100 Abonnenten-Stream! Ohhhh! Dann ist das eben hier kein Beef. Sondern einfach eine normale Runde Wahnsinn mit Left4PlayLP. Eine normale Runde Spass. Ich brauche einen Sneakers, ich habe Hunger. Ja, wir können nachher am Mittagessen gehen. Wenn du schaffst es zu deiner Dusche rauszukommen. Ja, na, 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 na. Jedenfalls möchte ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, es schaut mir sowieso keiner zu. Doch, ist die Podia. Ja, dass ihr mir zuhören müsst, ist ja wohl logisch. Ähm, nein. Jedenfalls. Wenn es euch gefallen hat und ihr findet, ja, das könnten meine Kollegen auch sehen. Cool und so. Cool und so. Dann teilt doch das Video. Gib bitte Bewertungen ab. Es hilft uns herauszufinden, was ihr gerne sehen wollt, was nicht. Youtube und so. Kommentar auch. Auch wenn der Kommentar lautet. Du sagst, das ist scheisse. Okay, nehmen wir zur Kenntnis. Ja, hä, nein. Dann, dann biefe ich zurück. Dann sage ich, ey, du bist scheisse. Am Morgen wird zurückgebieft. Oh my gosh, oh scheisse. Ne, 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 ne. Du hast das mit den Hatern nicht verstanden. Die muss man konsequent ignorieren. Man hat sie zurück. Ne, das bringt nichts. Dann haten sie noch mehr. Du musst nicht. Haters gonna hate. Wenn du einen Hater hatest. Dann hatet er noch mehr. Das ist wie wenn du Öl ins Feuer reinschmeisst. Ja, ich mag Öl im Feuer. Nein, im Feuer. Öl im Feuer. Vielen Dank für eure Zuschauen, wenn ihr uns bis jetzt verfolgt habt. Wenn nicht, dann ist auch okay, dann hört ihr das nicht. Junge. 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 Und dann würde ich sagen. Man sitzt, ich bin in einem nächsten Projekt. Sei es. Das normale Minecraft Let's Play. Was auch noch immer. Und so. Und dann. Wünsche ich euch allen noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten. Bis zum nächsten. Bis zum nächsten. Lass ihn aussprechen. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.